Seit 1915 kündigt die Glocke Besucher im großen Fachwerkhaus in der Chemnitzer Straße 40 in Grünhainichen an. Hier ist der Stammsitz der Firma Wendt & Kühn, einem Traditionsunternehmen mitten im Erzgebirge. Seit fast einem Jahrhundert wird hier Holzspielzeug produziert. Gegründet wurde das Unternehmen von zwei Frauen, berichtet Firmensprecherin Lena Tetzner. Und auf diese beiden Frauen, also Grete Wendt und Oli Wendt, gehen all die Entwürfe zurück, die wir heute noch so produzieren. Also all das, was wir heute machen, das sind keine neuen Sachen, das sind maximal kleine Abwandlungen, aber im Prinzip geht es wirklich auf diese Entwürfe, die Mustervorlagen von damals zurück. Tradition ist hier immer noch ein wichtiger Antrieb. Erst vor wenigen Jahren wurde das Stammhaus geschmackvoll restauriert, neue Häuser im regionalen Baustil für die Produktion entstanden direkt dahinter. Man ist Heimat verbunden. Und wir wollen auch hier definitiv bleiben. Das ist einfach, weil hier ist die Tradition des Erzgebirges und da soll das nirgendwo anders hin verlagert werden. Wahrzeichen von Wendt & Kühn sind die Musikengel. Kleine Hemdenmatze mit grünen Flügeln. Jedes Jahr kommt mindestens einer mit einem anderen Instrument auf den Markt. Ihre Herstellung geschieht immer noch zum größten Teil in Handarbeit. Wenn man hinter dem Stammhaus den Berg hinauf geht, hört man schon das Pfeifen der Drechselmaschinen. Aus einfachen Holzstangen entstehen arme Beine Körper. Befertigt werden sie eben aus einem einfachen Stück Holz, was dann aufwändige Prozesse durchläuft, also angefangen, dass es eben in eine bestimmte Form gedrechselt wird. Natürlich in Handarbeit geht es dann weiter zum Tauchen der Enge. Da kriegen sie halt ihre Grundfarbe, ihr weißes Kleid im Normalfall. Dann geht es in die Malerei, wo sie dann eben von sehr sorgfältiger, liebevoller Hand bemalt werden, um dann schließlich in der Gesichtermalerei und das ist eben das Besondere von ganz ausgewählten Mitarbeiterinnen, dann ihr kindliches Gesicht bekommen. Viele Hände bearbeiten die kleinen Holzfiguren, aber nur vier Frauen malen die Gesichter. Sie verleihen den kleinen Holzfiguren erst den individuellen Ausdruck, so wie Hannelore Lohr. Man merkt der Gesichtermalerin ihre Liebe zum Beruf an, denn die Engel sind für sie wie ein Kinderchor, der uns singt, singen alle das gleiche Lied und jeder guckt ein bisschen anders. So ist es bei unseren Engeln. Alle Gesichtermalerinnen haben die gleichen Vorgaben, doch die Ergebnisse unterscheiden sich in feinen Nuancen. Hannelore Lohr erklärt warum. Also wenn sie jeden den gleichen Stift in die Hand nehmen, da schreibt ja auch jeder anders und das ist genauso mit dem Pinsel. Es ist ein Grundprinzip da, was sein muss, so von der Art her, aber doch drückt jeder ein bisschen anders, ein Pinsel. Das sieht man schon. Solche kleinen Kunstwerke werden gern gesammelt und das wird von den Eltern schon bei den Kindern gefördert, weiß Verkaufsleiterin Ilka Pitschaft. Das heißt, sie bekommen schon von Geburt an, von der Uroma oder von der Oma, wenn du einen Kühnengel zum Weihnachten oder zum Geburtstag, zur Taufe, immer gibt es irgendwie einen Engel und die sind da schon ganz gut dabei. Die Sammeltradition in Deutschland allgemein ist natürlich schon sehr, sehr alt. Also wir feiern den 95. Geburtstag und es gibt wirklich Sammler, die so alte Figuren noch zu Hause haben, geerbt haben oder irgendwie durch Haushaltsauflösungen auf Märkten erworben haben. Und die sind natürlich ganz besonders stolz auf die alten Exemplare, die im größten Teil noch sehr gut erhalten sind. Für ihr altes Holzspielzeug hat Wendt und Kühn im Haus eine extra Restaurierungswerkstatt. Hier werden Farben gemischt, wird vorsichtig mit feinem Pinsel so mancher Kratzer ausgebessert. Die Engel sind nachher nicht wie neue, sondern wieder wie authentische historische Figuren mit dem Charme und den Spuren des Alters, aber immer noch der naiven Ausstrahlung von Kindern. Lena Tetzner sieht hier den Zusammenhang zwischen den alten und den aktuellen Engeln. Alle werden auch in Zukunft die gleichen Charakteristika haben. Also natürlich ihre kindliche Naivität, also dieses Heitere irgendwie, natürlich auch dieses Zeitlose, was eben schon seit fast 95 Jahren irgendwo überdauert. Ja, und natürlich das Markenzeichen von den grünhainischen Engeln ist natürlich ihr grünes Flügelpaar mit den elf weißen Punkten als das charakteristische Merkmal. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.